Industrie 4.0 mit Bosch Rexroth Hier beispielhaft dargestellt an einer Montagelinie zur Fertigung einer Industriesteuerung mit drei automatischen und zwei manuellen Stationen. Ein RFID-Tag verknüpft die Leiterkarte mit dem in der Unternehmenssoftware hinterlegten Auftrag. Jede Station liest den RFID-Tag aus und erhält so alle Anweisungen, welche Bearbeitungsschritte notwendig sind. Das Produkt steuert sich also selbst durch die Anlage. In der ersten Station wird der Auftrag von Wärmeleitpaste simuliert. Den kathesischen Roboter steuert ein MotionLogic-System von Rexroth. Gleichzeitig erfasst es relevante Prozessparameter und leitet sie an ein lokales oder cloudbasiertes Analyse-System weiter. Hier platziert ein Delta-Roboter einen Kühlkörper auf der Leiterkarte. Schon bei der Maschinenentwicklung setzt Rexroth durchgängig auf modellbasiertes Engineering. So können Anwender bereits im Vorfeld alle relevanten Produktionsabläufe virtuell testen und optimieren. Durch den Web-Connector kann die gleiche Bedienoberfläche auf unterschiedlichen Geräten genutzt werden. Vom Maschinen-Display bis zu einem handelsüblichen Tablet-PC. Jetzt verschraubt ein Knickarm-Roboter den Kühlkörper. Dieser Roboter ist intelligent mit der Rexroth-Steuerung vernetzt. Er führt einen kabellosen Nexo-Schrauber, der alle Schraubdaten erfasst und an den Process Quality Manager übermittelt. Die Software erkennt Abweichungen und archiviert alle Informationen für eine spätere Rückverfolgung in der Cloud. Nun fährt das Bauteil in einen intelligenten Handarbeitsplatz ein. Dort führen digitale Assistenzsysteme den Mitarbeiter durch die Montage. Ein Beamer projiziert die Arbeitsanweisungen auf den Tisch. Mittels Pick2Light werden die zu verbauenden Komponenten visuell hervorgehoben. Einzelne Arbeitsvorgänge werden durch den Mitarbeiter über virtuelle Schalter auf der Arbeitsfläche bestätigt. Dabei überprüfen 3D-Kameras jede Handbewegung. Manuelle Arbeitsstationen mit Active Assist für die variantenreiche Montage verkürzen so die Einarbeitungszeit von Mitarbeitern erheblich. Rexroth bindet auch bereits vorhandene Maschinen in vernetzte Produktionsumgebungen mit ein, wie diese Prüfstation. Sensoren messen alle Betriebszustände. Der i4.0 Connector leitet diese Informationen an übergeordnete Systeme weiter. Mit dieser Lösung für Brownfield-Anlagen schützen Anwender ihre Investitionen und können mit geringem Aufwand auf Industrie 4.0 umstellen. Die interaktive Kommunikationsplattform ActiveCockpit filtert und visualisiert alle relevanten Produktionsdaten. Das schafft höchste Transparenz und stellt den Mitarbeitern alle Daten bedarfsgerecht zur Verfügung. Der Data Analytics Server analysiert die Maschinendaten für ein aussagekräftiges Remote Condition Monitoring und erhöht so die Maschinenverfügbarkeit. Industrie 4.0 ist bereits heute Realität. Konsequent verteilte Intelligenz, offene Standards und bedarfsgerechte modulare Lösungen. Die Vernetzung von Mensch, Prozess und Produkt macht sie schneller, flexibler und wirtschaftlicher. Sprechen Sie mit Bosch Rexroth über Connected Automation. Jetzt.